Kommen wir zum letzten Punkt unserer Agenda! Umweltschutz! Haben wir denn mit unserer Rette die Bienen-Aktion nicht schon genug zu dem Thema beigetragen? Was ist denn mit dem Inno-Liner von der Fachpackmesse? Inno was? Das ist ein neues Etikettiersystem ohne dieses lästige Trägermaterial. Bei der Menge an Versandetiketten, die wir jährlich verarbeiten, könnten wir tonnenweise Abfall einsparen. Ich finde die Idee eigentlich so gut und effizienter sollte man in der Logistik auch noch sein. Ich sag nur zwei Dinge. Prozesssicherheit! Prozesssicherheit! Ein Beiserscheiss! Macht euch warme Gedanken! Bis nächste Woche! Noch will ich aber Ergebnisse! Da kommt doch mal der Auditor! Achso, jetzt hätte ich fast das auch nicht vergessen! Wer führt denn den Auditor durch unser Unternehmen? Kein Problem! Mach ich! Da darf aber absolut nichts in die Hose gehen! Wenn wir da drauf fallen, können wir den Laden gleich dicht machen! Ich soll erst noch auf der Habe! Um die Ecke! Das alte Klopapier wird gerade abtransportiert! Ja, gehört der Scheiss aber nicht noch! Ein Zau-Lad ist das da! So wird mir wirklich kein Freund! Bitte, bitte! Mein Chef schickt mich zurück in die Gäte! Ich will doch nicht noch hin! Hagen Sie schon mal der Koffer, denn da ist Ihr Maschbefehl! Ich bin ja ganz begeistert! Es sieht ja richtig gut aus! Das werde ich jetzt immer verwenden für ein Post da drüben! Ja, das freut mich jetzt, ob es sorglich ist! Mit offenem Schuh ist auch schwierig zu schaffen, aber jetzt haben wir es ja noch nachher! Und ich muss nicht zurück in den Osten! Genau so ist es! Super! Vielen Dank! Superklasse! Und das Geld wie immer aufs Konto in der Schweiz! Garant subscribe!